Erst Abstiegsangst, jetzt UEFA Cup-Träume. Hansa Rostock nach drei Siegen in Folge im Aufwind. Gegner Hertha bisher ohne Auswärtspunkt, aber mit einem Blitzstart. Dritte Minute, Reiß auf Deißler, die frühe Führung für Berlin. Deißler mit seinem ersten Saisontor. Rostock enttäuschend, nur mit wenigen Chancen wie hier durch Avison. Kurz nach der Pause Aufregung auf der Berliner Bank. Grund, gelb-rot für Torschütze Sebastian Deißler nach diesem Foul. Rostock trotzdem weiter harmlos, die Berliner auch in Unterzahl spielbestimmt. Eine Viertelstunde vor Schluss, Stefan Beinlich, das 2 zu 0, der Endstand. Hertha durch den ersten Auswärtssieg, jetzt auf Platz 4.